Hey Leute, Willkommen zu einem anderen Video, mit dabei ist Bechtar. Wir sind wieder, aber wir machen wieder weiter. Lego City Undercover. Bechtar und ich nehmen erstmal Dynamit. Ich hätte Dynamit mir hier immer verbrochen irgendwie. Bechtar, es war sogar gut, dass ich Dynamit genommen habe. Guck mal. Ui. Bumm. Ja. Okay, wir haben irgendwas freigeschaltet durch diese Explosion. Warte, wo müssen wir genau hin? Wir müssen da hin. Okay, Michael, da ist ein Auto, da ist ein Auto, da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Oh, wie cool. Das war, glaube ich, der größte Superbauer, den es gibt in dem Game. Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Ich war mit meinem Superbauer gelegt. Wir haben schon 11 Prozent. Oh, nein. Da ist ein Skin. Uh, Bechtar, Bechtar, nimm die Münzen, nimm die Münzen, nimm die Münzen. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ihren neuen Skin. Oh, wir müssen jetzt, jetzt müssen wir ja ganz viel Parcours machen. Ob ich da... Machen wir ein langes Video, so 20, 30 Minuten und dann machen wir mehrere Parts aus diesem Ding hier. Machen wir einen langen Part oder mehrere? Oh, ist mir egal. Wie kommt man jetzt noch da oben? Okay. Bistar. Hier war Action. Hier hat man den Überblick verloren, einfach weil es zu viel war. Es war einfach nicht zu viel. Ach so, das ist hier so ein... Ah, Mist. Hier bringen wir... Welche musst du machen? Das ist wichtig. Es gibt irgendwas. Und dir müssen wir den Superbaum machen. Oh, sind 40.000. Noch mehr, weiß noch mal. Oh, reich. Ich bin froh. Oh, weil ich mach... Einmal noch hier das... Das hier geht immer erstmal so. Ah, ah, ah. Geh. Ja, super. Geh. Gut gemacht. Ach, guck mal. Schau mal hier. Nimmst du das? Mach du, mach du, mach du. Was ist das? Das muss ich jetzt... Hm. Ah ja, da musste man ja vier Dinger machen. Oh, da musst du vier Raketen machen. Oh, das ist schwer. Welche waren Supersteine? Oh. Oh, wurde die Rakete gezündet? Oh, da waren die paar Steine. Oh. Hm. Das waren die großen Supersteine. Ah, okay. Das Ding. Äh. Auf 40.000, wenn wir eins davon öffnen. Äh, woher kriegen wir hier dieses Ding? Woher kriegen wir das? Was? Welcher ist denn das hier? Hier. Da brauchen... Nee, da brauchen wir eine... Da brauchen wir eine Fackel. Ah, okay. Geh. Er kriegt nur eine Fackel. Besser gesagt, woher kriegt man Bomben? Hm. Geh. Wo ist hier was? Wo haben wir hier was? Ah, da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was irgendwo dagegen knallt. Du musst die Ecke drückt halten. Die Ecke drückt halten. Die Ecke drückt halten? Ah. Das loslassen. Oh, anscheinlich. Geh. Geh. Geht nichts. So schwer. Geh, Leute. Hier geht's jetzt weiter. Geh, Bächter, komm. Jetzt geht's hier aufs Dach. Jetzt kommt man aufs Dach. Ich weiß, warum man da nicht hinkam. Man musste diese Dinger hier kaputt machen, Bächter. Echt. Man muss die zerstören. Aber hier geht's immer noch nicht weiter. Echt, Bächter. Hier. Bam. Jetzt sind die Leitern ausgeklappt, Bächter. Warte, hier ist wieder was. Oh, Bächter. Hier kriegt man erst die Fackeln, Bächter. Und ja, die brauchen wir. Geh, hier. Jetzt sollte irgendwas kommen. Ach, ne, 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 ne. Geh, Juni, Juni. Geh, Juni, Juni. Geh, Juni, Juni. Ähm. Judoka. Geh, ne, weg mit der Fackel. Sobald ich hier auswählen, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Wir halten gerade mal 10 Sekunden. Das hier hast du gemacht, ne? Ja. Aber guck mal in die Fackeln. Hallo, wir brauchen Fackeln. Oh. Echt, wir brauchen Fackeln. Ganz viele. Ja, brauchen wir immer. Vier ganze. Tau dagegen. Auch musst du gehen. Ah, okay, drei von drei haben wir uns recht gegeben. Geh und BAM. Geh und und und. Haben wir okay geschafft. Geh, das haben wir. Du kannst den Fisch nehmen. Ah, ne, das ist kein Fisch. Da ist das Ding, was du da brauchst. Damit musst du nach unten. Na unten. Ah, warte, mach das erst gleich, mach das jetzt gleich. Warte. Geh, ganz nach unten irgendwo? Ja, ganz nach unten. Aber warte erst, warte erst. Ja. Ja. Ich weiß, ich nehme ich das letzte auch. Ah, bevor ich das mache, muss ich eher noch was kaputt machen. Oh, ich würde damit können ich was bauen, aber ne. Egal, dann nehme ich das Beste. Stellchen sein zu machen war gleichzeitig. Drei, zwei, eins jetzt. Ja, wir haben alle geschafft. Eben, dein Superstein. Eben, dein Superstein. Cool. Guck aus, ich weiß, wenn ich das hier auf der Nase mache. Ich weiß, du was da ist. E und da ist da jetzt was. E und da ist jetzt jetzt was was. E, da haben wir was. E, da haben wir was. Be常. Ah, jetzt müssen wir ein Training machen mit dem wir ganz viele eliminieren. Mh, ich muss was merken sind 30 Stück hier einfach die ganze Zeit killen. G, hier haben wir etwas. G und... Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ich bin echt irgendwo anders für dieses Entspannen. Sehr cool. Muss ich jetzt den Kungfu-Skin anziehen, oder? Welchen Kungfu-Skin? Naja, hier diese. Nee, wir müssen jetzt einfach nur die ganze Zeit umhauen. Das ist kein Kungfu-Skin, das ist einfach nur der Zivilist-Skin. Ich! Geh' noch in den Zivilist-Skin kurz rein. Boah, mit dem sind wir eigentlich hierher gekommen. Eher. Ehm, wir dürfen die nicht verhaften, wir sollen die einfach nur umhauen. Oh, was da jetzt oben steht. Steht oben aus der Zulnacht. Seht, da musst du oben gucken, da steht mal aus der Zulnacht. Jetzt sollen wir anscheinend einfach nur aus... Ja, wir sollen einfach nur ausweichen. Eher. Er traut sich. Kommt her. Komm, greift doch an. Komm! Nicht, weiter! Kommt doch, wenn ihr euch traut! Kommt her, kommt her, kommt her! Nein! Alles so rein! Hm! Ewig da! Du hast gute Arbeit gelassen. Ja! Hm! Hoffentlich hört es mal so überhaupt. Machen wir ein bisschen lauter. Nicht, dass man dieses Geräte ganz schwer hat. Ich glaube, es ist nur Phase 1, Leute. Dann müssen wir gegen die Gelben kämpfen. Dann müssen wir gegen den sogenannten Boss kämpfen. Wir sollen die Gegner jetzt packen, Bächter. Wir müssen die Gegner packen und dann werfen. Mit welcher Taste? Kreisbacken. I-Kreisbacken mit Vierecke werfen. Nein, 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 okay. Ich kann auch ausweichen. Ich schlafe nur ein. Ich kenn einen Typ, der Kung Fu lernte, weil er ständig während lebt. schreit wie ich die kann man jetzt nur packen besser Kann man jetzt nur noch packen. Oh, und wenn man die Pack kommt, sowas gesehen? Die würde ja am liebsten alles festnehmen, weil das einfach Bock macht. Aber was hat der für einen Akzent? Erzüge, was hat der für einen Akzent? Erzähl mal, was ist mit dir, weil ich den ja gepackt habe? Viereck! Das ist mir so lange angezeigt. Jetzt Viereck! Ja, drin hier. Du hast immer noch gedruckt da? Ich habe noch nicht gedruckt, war gegen mich. Das ist ein Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Bieso? Oh, oh, oh. Und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Band. Stimmt, Bester. Genau. Ehrungsreicher Judoka. Und wir haben nur 33% aller Münzen eingesammelt. Jetzt haben wir schon 12 von 450. Geh, Leute. Und wie es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Band. Bis dann. Bester, warte. Geh, Leute. Wie es hier weitergeht, erfahren wir im nächsten Band. Bis dann und tschau.